Wir haben als Schüler und Schülerinnen im Gymnasium im Irak das Thema Europa schon in Geschichtsbüchern gelernt. Und es war immer interessant, dass man über Demokratie, die französische Revolution zum Beispiel, erfährt und sich vorbereitet und diskutiert in einer Zeit, in der die Diktatur herrscht und keine Spur von Freiheit und Demokratie da zu sehen ist oder zu spüren. Also Europa für mich war in dieser Zeit auch ein Traum. Also viele empfinden Europa oder eben auch die EU vielleicht so als Konstrukt oder so, was künstlich hergestellt ist, aber für mich ist es was ganz Natürliches und Emotionales einerseits, weil meine ganze Familie in Europa verstreut ist, aber auch, weil Europa für mich an sich eine Familie ist. Ja, Europa bedeutet für mich Freiheit. Die Grundfreiheiten, Gewissensfreiheit, Redefreiheit, Medienfreiheit und eben Adenauers Aussage, wir wählen die Freiheit. Ich würde mich nicht als Schweizer Europäerin oder als rumänische Europäerin bezeichnen. Vielleicht auch, weil ich eine Flaneuse bin und kein Flüchtling und einen schweifenden Blick habe und keinen Blick zurück in die Heimat. Ja, also ich betrachte, ich bezeichne mich als Weltmensch. Ich bewege mich, ich fließe zwischen Tigris und dem Rhein und Euphrat und der Reuss und diesen Flüssen, die in mir fließen. Ich lebe hier in der Schweiz seit mehr als 20 Jahren. Mein Verlag liegt da, meine Freunde, meine Kinder gehen zur Schule da. Ich bin hier auch eingewurzelt. Ich lebe in der Sprache. Für mich, die Sprache ist der passende Raum, um sozusagen eine Heimat zu sein. Also ich wusste ganz lange nicht, wer ich so bin. Bin ich jetzt Deutsch oder Schweiz oder eigentlich auch Frankreich, weil wir in Frankreich gelebt haben und so. Und als ich dann gesagt habe, diesen Begriff für mich gefunden habe, ich bin Europäerin, dann hatte ich das Gefühl, aha, ich bin angekommen. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, wer ich bin, zu wem ich gehöre. Ja, Thomas Mann hat vor bald 100 Jahren von den Vereinigten Staaten, von Europa gesprochen und würde er auf Europa heute blicken, würde er sehen, dass schon vieles realisiert wurde. Es gibt diese Meinung, dass Europa unter einem Schirm stehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass das realisierbar, dass Europa so als Vereinigten Staaten betrachtet wird, aus dem Grund, dass vielleicht der Begriff Europa, von dem Thomas Mann damals geredet hat, ist nicht derselbe jetzt. Ich finde es schade, dass die Schweiz nicht der Europäischen Union angehört. Ich finde, die Schweiz könnte ein sehr schönes Vorbild sein für Europa, aus der Europäischen Union heraus. Absolut, ja. Ich finde diese Vielfältigkeit, das Zusammenleben, also diese direkte Demokratie, ich schätze das sehr, dass jeder Mensch seine Stimme sagen darf. Und ich bin nicht so sozialisiert worden, ich bin in einer Diktatur aufgewachsen. Aber was ich der EU wirklich gar nicht empfehlen würde, was sehr schweizerisch ist, ist die Neutralität. Also eine EU, die keine Haltung zeigt, die neutral ist, das wäre gerade heute fatal, hochgefährlich. Und ich glaube, um nochmal vielleicht in diesem Familienbild zu bleiben, ich sehe diese Schweiz immer so als kleine Schwester. Ich finde immer, die Schweiz ist so die kleine Schwester in dieser Familie. Und die kommt dann immer so, an Weihnachten kommt die immer so zu spät zur Familie und trinkt irgendwie den ganzen Sekt aus, bringt zwar vielleicht nur eine Flasche mit, aber säuft eigentlich zwei und dann, bevor es ums Abwaschen geht oder bevor es darum geht, jetzt aufzuräumen nach der Party, sagt sie auch Tschüss und verschwindet wieder. Also es ist wirklich dieses Rosinenpicken und dieses immer wieder Erklären, ich bin halt nicht so ein Familienmensch und ich muss halt für mich selber gucken und ich muss auf mich selber hören und meinen eigenen Weg gehen. Ja, man muss seine eigenen Wege gehen, aber man kann sich dieser Familie nicht lösen. Und gerade jetzt, wo diese großen Krisen sind, Klima, Krieg, Corona, diese Krisen so groß, da kann man sich nicht mehr rauswinden. Sein ganzes Leben lang führte Thomas Mann ein Gespräch mit der russischen Literatur. Noch kurz vor seinem Tod hat er über Tschechow geschrieben. Als junger Autor nahm er bei den russischen Schriftstellern Unterricht im Schreiben. Jetzt erteilt er uns den Unterricht im Überleben in Zeiten des Faschismus. Russische Kulturschaffende können heute besser nachvollziehen, was Thomas Mann und andere deutsche Intellektuelle gefühlt und erlebt haben. Die Sprache Puschkins und Tolstois wurde zur Sprache von Kriegsverbrechen und Mördern gemacht. Russland wird auf absehbare Zeit nicht mit russischer Musik und Literatur assoziiert, sondern mit Bomben, die auf Kinder fallen. Manchmal fahren auf einer Eisenbahnstrecke zwei Züge in dieselbe Richtung. Fenster am Fenster. Man nähert sich auf Armeslänge. Man sieht die Leute im Nebenzug. Jemand liest, jemand düst, jemand schaut dich an. So sitzen wir. Durch die Zeit voneinander entfernt und doch irgendwie gleichzeitig. In parallelen historischen Zügen, die in die Katastrophe rasen. Der Frieden als Aspekt, als Idee, dem entsprechend, was Thomas Mann gesagt hat, steht jetzt Gefahr und muss geschützt werden. Ich weiß es nicht, wie. Das ist vielleicht eine Sache, die uns alle als Menschen, als Gesellschaften, die wir leben hier in Europa, wir müssen uns befassen mit dem, wie wir damit umgehen. Aber die Politik muss auch etwas bewegen. Es darf nicht sein, dass ein Krieg so schnell ausbrach und so schnell sich entwickelt und uns wieder in einem Raum hineinsetzt, den wir schon lange gedacht haben, den wir hinter uns gebracht haben. Und das zeigt uns, dass wir eigentlich nichts mit leeren Händen aus der Geschichte rausgekommen sind. Und das ist ein gefährliches Phänomen für mich als Mensch. Das ist das einzig Gute, was dieser schreckliche Krieg bringt, dass Europa plötzlich wieder eine Identität hat, raus ist aus der Identitätskrise und eine Wertegemeinschaft geworden ist und nicht nur einfach so ein Wirtschaftsverbund, wo jeder Staat so ein bisschen das tut, was er will. Und das ist jetzt die Chance. Das ist jetzt die Chance, dass die Demokratien sich wirklich verbinden und dass die Demokratien eben gemeinsam kämpfen auch. Und das ist so verrückt. Thomas Mann ist ja durch ganz Amerika gereist und hat eine Lecture nach der anderen gehalten, hat gesagt, bitte mischt euch ein in den Krieg. Bitte hilft uns gegen Hitler. Und heute gibt es ukrainische Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die durch Europa reisen und das Gleiche tun wie Thomas Mann damals und sagen, bitte mischt euch ein in den Krieg. Bitte liefert Waffen. Ja, Thomas Mann hat sich nicht im Nebel der Stimmungen verirrt, sondern hat ganz klare Worte für die Zustände gefunden. Das freut einen beim Lesen, die ganz genauen Bezeichnungen für Zustände, auch für heutige Zustände wiederzufinden. Und gleichzeitig betrübt das einen auch, dass wir in einer Zeitschleife sind, was er zum Beispiel von der Wahrheit gesagt hat und von der Unwahrheit. Und dass das Wahrwerden des Unwahren Gewalt ist, dass Propaganda Gewalt ist, ist hochaktuell. Schade, dass es hochaktuell ist. Also was mich am allermeisten frappiert hat, als ich die Reden und auch gerade Achtung Europa von Thomas Mann gelesen habe, ist dieses Thema Lüge. Also wie er gewarnt hat vor der Lüge. Und wir haben jetzt Corona-Leugner, nennen wir sie, wir nennen sie Klimawandel-Leugner. Und Thomas Mann hat sie Ideen-Leugner genannt. Und er sagte, Ideen-Leugner sind Menschen, die den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr akzeptieren. Und das fand ich so verrückt. Also einfach dieser Satz, den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr akzeptieren. Und da sind wir mittendrin. Wir haben diesen Krieg, diesen Angriffskrieg, der auf einer Lüge aufgebaut ist. Wir haben Propaganda. Diese ganzen Fake-News und Falschnachrichten werden uns die nächsten Jahrzehnte extrem krass beschäftigen. Und in dem Zusammenhang hat Thomas Mann eben auch so einen tollen Satz gesagt, nämlich Friede ist mit Wahrheit, Freiheit und Recht, also Rechtsstaatlichkeit, aufs engste miteinander verknüpft. Und das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn wir es zulassen, dass die Lüge nach Europa kommt und die Lüge nach Europa schwappt, dann ist Europa verloren. Wir müssen Europa vor der Lüge, wie auch immer das geht, verteidigen. Und das hat er sich damals auch schon so gewünscht. Leiden an Deutschland So nannte Thomas Mann seine Tagebücher. In den 30er Jahren warnte er in vielen Publikationen vor der Gefahr des Hitler-Regimes und wurde von seinen Landsleuten nicht gehört. Leiden an Russland So könnte man unzählige Publikationen russischer Schriftsteller nennen, die jahrelang in oppositionellen Medien erschienen und vor der Gefahr des entstehenden faschistischen Regimes in Russland warnten. Meine Leute jubelten nur. Krim, Nasch, die Krimes Tunzer. Ich finde zum Beispiel seinen Text, warum ich nicht nach Deutschland zurückgehe, sehr aktuell. Ich lese das sehr gern immer wieder, weil ich sehe mich drin. Ich sehe diese Aspekte, dass man eine neue Heimat zum Beispiel möglich zu schaffen hat oder geschafft hat, dass man die Verantwortlichkeit der Literatur, die Literatur ist verantwortlich, sich mit großen Themen auseinanderzusetzen. Und das hat Thomas Mann fabelhaft gemacht im Exil in Amerika. Er hat ja aus Amerika diese berühmten Sendungen, Radiosendungen gemacht und die Deutschen direkt angesprochen aus der freien Welt und hat sie an ihre Humanismus-Tradition erinnert. Also ich finde es sehr wichtig, dass einer in einer kritischen Lage die Bühne nutzt und eine Botschaft des Friedens aussendet. Er hat auch gesagt, viele sagen, dass sich die Schriftsteller zurückhalten sollten, aber wenn die Kunst angegriffen wird, dann sollte man die Kunst verteidigen, sollte ein Künstler die Kunst verteidigen. Und deswegen finde ich diese Aussage von ihm ganz zentral. Als Schriftsteller, als Psychologe, als Darsteller des Menschlichen bin ich der Wahrheit verschworen. Genau, verschworen. Ich bin der Wahrheit verschworen. Und auf sie angewiesen. Es gibt natürlich Themen, die literarisch nie zu bewältigen sind. Die sind groß. Die bleiben auch immer groß. Aber das ist natürlich auch kein Grund, dass die Literatur sich zurückzieht, sondern sich hineinmischt und sich auseinandersetzt mit dem. Und das ist genau, was Thomas Mann gemacht hat. Ja, Thomas Mann hat gesagt, er will sich später nicht vorwerfen lassen müssen, dass er nichts gesagt hat, dass er nicht engagiert war. Und das ist etwas, was ich als großes Vorbild sehe. Also auf eine Zeit zurück zu blicken und sagen, man hat ein Mikrofon, man hat ein Mikrofon vor sich und man hat nichts gesagt, man hat nichts getan. Das ist, glaube ich, schon inzwischen auch wie eine Form von Pflicht oder wenn man die Möglichkeit auslässt, wenn man gerade die Möglichkeit hat, eine große Öffentlichkeit, ein Zugang zu großer Öffentlichkeit, dann sollte man sie auch nutzen. Ja, da ist er Vorbild. Heutzutage mit dem Ukraine-Krieg, wo stehen die Künstlerinnen und Künstler? Und wer lässt sich manipulieren? Und sind die, die sich manipulieren lassen, noch von ihrem Auftrag als Künstler durchdrungen, von der Liebe zur Ästhetik? Und wenn man von der Liebe zur Ästhetik durchdrungen ist, dann kann man nur für die Wahrheit einstehen wollen. Also wenn man Thomas Manns Reden heute nochmal liest, ist es wirklich frappierend zu sehen, wie sehr es aktuell ist, und zwar in den Punkten, wie er die propagandistischen Lügen beschreibt, die damals um sich geschlagen haben, wie er den Wunsch nach Zusammenhalt der Demokratien beschreibt und zu dritt, wie er die Debatten um Pazifismus beschrieben hat. Zitat Europa wird nur sein, wenn der Humanismus seine Männlichkeit entdeckt, wenn er lernt, in Harnisch zu gehen und nach der Erkenntnis handelt, dass die Freiheit kein Freibrief sein darf für diejenigen, die nach ihrer Vernichtung trachten. Zitat Ende Nur militanter Humanismus kann die Weltkultur retten. Die Barbarei muss mit Gewalt im Krieg besiegt werden. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion von Thomas Mann an uns Russen. Wenn man das eigene Land liebt, muss man ihm in seinem ungerechten Krieg eine vernichtende Niederlage wünschen. Das finde ich sehr wichtig und sehr aktuell, eine militante Humanität, dass wir uns zur Humanität bekennen müssen. Dann hat er noch einen sehr aktuellen Gedanken, wenn die Wölfe Frieden predigen, dann verdirbt ihm das, die Lust auf den Frieden. Und er hat Europa davor gewarnt, Frieden zu machen mit den Nazis. Also sich auf dieses Friedensangebot, von so einem Friedensangebot verblenden zu lassen und abzurüsten. Und er hat gesagt, dass man den Frieden verteidigen muss, zur Not auch aufgerüstet hat. Das Bild von Europa in der Zeit, in der Thomas Mann gelebt hat, hat sich wiederholt jetzt in einer anderen Form. Die Rechten kommen wieder und die Spannungen, die man sieht. Das Umgehen mit Flüchtlingen oder mit Menschen, die geflüchtet sind. Diese Unterschiede zwischen Geflüchteten, Menschen, die blond sind und blaue Augen haben, sie sind willkommen und sie dürfen arbeiten und sie kriegen Ausweis und sie genießen eine Freizügigkeit, sie können sich mobilisieren. Und Menschen, die anders aussehen, von einem anderen Kontinenten kommen, sie dürfen nur ertrinken im Mittelmeer, die sind große Fragen. Und diese Fragen waren seinerzeit nicht da. Aber der Kern aller Fragen ist eigentlich da. Die Freiheit, die Demokratie, wie geht man damit um, wenn auf einmal eine Diktatur ausbricht, wie Putin jetzt und Hitler damals. Und die sind die Ähnlichkeiten zwischen Thomas Mann Zeit und unserer Zeit. Aber der Begriff von Europa damals natürlich beim Thomas Mann ist anders als jetzt. Aber ich meine, die Seele dieser Fragen, die er gestellt hat, ist immer noch da. Ich habe manchmal den Eindruck, und zwar vielleicht gerade in meiner Generation, dass die Europäer Europa für völlig selbstverständlich halten. Die leben das schon. Also man kann mit EasyJet mal schnell nach Amsterdam und so. Und man kann da und dort studieren. Man kann sich gegenseitig besuchen. Man hat Geschwister, Freunde, die in anderen Ländern leben. Also vielleicht hat man wie den Eindruck, für Europa, das gibt es doch schon alles. Da muss man doch gar nichts mehr tun. Was natürlich falsch ist, ist es ein unaufhörliches Miteinander arbeiten und neue Gesetze entwickeln und neues Miteinander schaffen. Aber vielleicht ist es den Menschen heute wie schon eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein unaufhörliches Miteinander. Das ist ein unaufhörliches Miteinander. Das ist ein unaufhörliches